Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Mein Name ist Dr. Medcon-Sanin Wagner, ich bin Frauenarzt und heute sprechen wir über Kosmetika in der Schwangerschaft. Haben Stoffe, die ich mir auf die Haut schmiere oder auf die Nägel oder in die Haare, irgendwelche Auswirkungen auf mein Kind und falls ja, welche? Das alles klären wir in diesem Video. Viel Spaß dabei! Kurzer Disclaimer vorab, wenn du schwanger werden möchtest oder schwanger bist, dann schau doch mal auf unserer Plattform vorbei www.richtige-wissen.de. Da gibt es einige Online-Kurse, unter anderem auch mit mir, zum Beispiel den Geburtsvorbereitungskurs oder auch den natürliche Familienplanung-Kurs mit der symptom-thermalen Methode nach Sensiplan. Jetzt geht es aber los, ab in die Thematik. Wir sprechen im Grunde heute über drei Punkte, die ich in der Praxis so sehr oft gefragt werde. Der All-Time-Classic ist sicherlich, was ist mit Haare färben, blondieren in der Schwangerschaft, go or no go. Wir sprechen über Make-up, Cremes, Sonnencreme, Selbstbräuner etc. Und wir sprechen auch über Make-ups, also was kann ich an Wimperntusche, Lidschatten etc. benutzen oder was ist gefährlich. Und wir sprechen, und damit habe ich die Frage schon so ein bisschen vorab beantwortet, über die gefährlichen Inhaltsstoffe oder die kritischen Inhaltsstoffe, die ihr auf der Packung vielleicht nicht finden solltet, wenn ihr schwanger seid. Wie ist das jetzt mit Haare färben in der Schwangerschaft? Da gibt es ein klassisches Jein, so ein Mediziner-Jein. Also könnte man machen, schadet wahrscheinlich nicht, aber empfehlen kann man es eben auch nicht. Und das liegt daran, dass es noch keine direkten Hinweise darauf gibt, dass Stoffe, die auf die Kopfhaut aufgetragen werden, über den Blutkreislauf direkt an das Kind übertragen werden können. Denkbar ist dieser Prozess. Die Haut ist das größte Organ, was wir besitzen und hat eine enorme Aufnahmefähigkeit und ist natürlich auch an unseren Blutkreislauf angeschlossen. Und deswegen ist der Gedanke, dass natürlich diese Stoffe wie Ammoniak zum Beispiel auf das Kind übertragen werden könnten und dort Schaden anrichten können, denkbar. Aber aktuell, heutiger Stand, gibt es dazu noch überhaupt keine Kenntnisse. Und weil es diese Kenntnisse eben nicht gibt, geht man eben vom Prinzip aus, der Schutzbefohlene steht über allem, also lieber vermeiden, weil wir nicht wissen, was damit passiert. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel Strähnchen. Das stellt kein Problem dar, genauso wie zum Beispiel Färbungen aus Pflanzenstoffen. Henna ist hier so ein Schlagwort. Das stellt auch kein Problem dar. Blondieren, Dauerwelle, dauerhaftes Glätten ist also per se jetzt erstmal mit Vorsicht zu genießen, weil Stoffe enthalten sein können wie Ammoniak oder Formaldehyd, was ja potenziell krebserregend sein kann. Also eher No als Go. Mal unabhängig vom Blondieren, beziehungsweise gar nicht so unabhängig vom Blondieren, denn das Haar ist ja in der Schwangerschaft auch ein ganz anderes. Es ist meist anfälliger, spröder, sogar auch ein bisschen fettiger. Und hier ist es tatsächlich so, dass das Färbeergebnis oftmals ein ganz anderes ist, als wenn man nicht schwanger ist. Also auch hier gilt es, Vorsicht zu wahren. Wenn man da jetzt anfängt, irgendwo mit Farbe zu arbeiten, kann es sein, dass man da unzufrieden ist und dann wieder das Ganze umkehren lassen möchte. Also wer sich hier irgendwo Strähnchen machen lassen möchte, der müsste erstmal an einer unauffälligen Stelle gucken, wie das Ergebnis dann ist. So, jetzt kommen wir langsam zu den Cremes. Hier gibt es ja verschiedenste Anwendungen. Wir gehen jetzt mal so die wichtigsten durch, die gefragt werden. Das ist einmal der Selbstbräuner in den Wintermonaten gerade, aber auch in den Sommermonaten. Was ist mit der Sonnencreme? Welche ist da vielleicht bedenklich? Welche nicht? Und wir sprechen auch über die Hautprobleme, die ja auch in der Schwangerschaft auftreten können, wo man gern mal das Mittelchen von früher, zum Beispiel mit der Retinsäure benutzt. Ist das gefährlich oder nicht? Und was darf ich da? Fangen wir mal vorne an. Der Selbstbräuner arbeitet meistens mit dem Stoff Dihydroxyaceton, DHA abgekürzt, wirkt auf die obersten Hautschichten, reagiert damit Aminosäuren, weshalb dieser Bräunungseffekt vonstatten geht und ist in der Schwangerschaft laut aktueller Datenlage bedenkenlos anwendbar. Bisschen aufpassen muss man, dass im Selbstbräuner nicht sogenannte Psyralene drin sind. Das sind quasi Beschleuniger dieses Bräunungseffekts und die sollte man vermeiden, denn die sind potenziell krebserregend. Wie ist das jetzt mit Sonnencreme? Sonne allgemein sollte man wirklich, wirklich sparsam konsumieren in den Sommermonaten. Das liegt daran, dass die Haut hormonell so aufgelockert ist und so anders von der Konstitution ist, dass man extremst schnell Sonnenbrände bekommt, aber auch Pigmentveränderungen, Pigmentflecken. Schwangere berichten ganz oft davon, dass hier und da irgendwelche Flecken entstehen, die sie vorher gar nicht hatten. Das liegt auch daran, dass das Melatonin vermehrt produziert wird. Das ist ja ein Stoff, der für diese Bräunungseffekte zuständig ist. Also Sonne möglichst wirklich vermeiden oder mit einem hohen Lichtschutzfaktor 50 plus arbeiten, sich gut eincremen. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Appell. Und hier natürlich, ihr habt es euch schon gedacht, auf die mineralischen Sonnencremes zurückgreifen, die ja Zinkoxid etc. enthalten, weil diese quasi unbedenklich sind in der Schwangerschaft. Dann kommen wir nochmal kurz zum Hautbild. Das kennen viele, gerade im ersten Schwangerschaftstrittel, da kann die Haut förmlich explodieren. Es gibt aber auch den Gegenpart, der sagt, meine Haut war noch nie so gut wie jetzt in der Schwangerschaft. Ist also sehr individuell unterschiedlich. Und viele greifen dann zum alten Mittelchen bei Akne, wo zum Beispiel Retinoide, Retinsäure drin ist. Wenn das da draufsteht, Finger weg. Denn Retinsäure hat vor allen Dingen bei oraler Einnahme einen schädigen Effekt auf das Ungeborene. Da gibt es also wirklich Studien zu. Aber auch das Aufnehmen über die Haut ist diskutabel, sodass man auch da die Finger von lassen sollte. Also nicht jedes Mittelchen, was vor der Schwangerschaft gut funktioniert hat, eignet sich jetzt in der Schwangerschaft. So, wie sieht es jetzt beim Make-up aus? Also Wimbandtusche, Lidschatten, Lippenstift, Finger lackieren. Fangen wir mal oben an. Lippenstift und Co. dürfen angewandt werden, gelten als unbedenklich. Anders sieht es aus bei Permanent Make-up, weil hier die Inhaltsstoffe nicht ganz klar wiedergespiegelt werden, wo die dann landen. Das wird ja quasi injiziert, genauso wie bei den Tattoos. Und wir wissen nicht, was mit diesen Farbstoffen passiert, ob die in den Blutkreislauf übergehen und dann eben auf das Kind übertragen werden. Deswegen hier eher die Finger von lassen. Kommen wir zum großen Thema Nagellack und auch der Nagellackentferner, was ja wahnsinnig viele, auch giftige Inhaltsstoffe beinhaltet. Das weiß man ja. Und deswegen ist es potenziell natürlich auch nicht klug, wenn man Nagellack zum Beispiel jetzt trinken würde in der Schwangerschaft. Aber auf die Fingernägel, aufgrund dieser geringen Mengen, darf man das auftragen. Man muss natürlich gut darauf achten, dass der Raum entsprechend belüftet ist, gerade auch beim Nagellackentferner. Fenster auf, Türen auf, dass man diese wirklich giftigen Dämpfe nicht dauerhaft einatmet. Aber prinzipiell ist gegen Nagellack in der Schwangerschaft nichts einzuwenden. Wie sieht es jetzt mit künstlichen Nägeln aus? Acrylnägel, da sagt man eher Finger weg, weil Acryl als bedenklicher Stoff gilt. Bei den Gelnägeln kann man machen. Man muss aber auch hier darauf achten, die Struktur der Fingernägel ist durch die Schwangerschaftshormone eine andere. Kann also sein, dass die früher abröckeln als gedacht. Grundsätzlich werde ich euch gleich eine kleine Auflistung von bedenklichen Inhaltsstoffen auflisten. Wenn ihr die auf euren Make-up-Artikeln, Shampoos etc. findet, dann Finger weg. Sie gelten wirklich nachweislich als bedenklich. Natürlich ist es so, dass wir bei einem Shampoo, Make-up etc. sehr, sehr geringe Mengen nur auf uns auftragen. Und deswegen auch nur sehr geringe Mengen natürlich in den Blutkreislauf gelangen. Nichtsdestotrotz, Safety first. Und gerade bei den Schutzbefohlenen, Ungeborenen gilt natürlich, dass man hier eher darauf verzichtet, als ein potenzielles Risiko einzugehen. Ich hoffe, das hat dir jetzt ein bisschen Klarheit verschafft in das große Wirrwarr aus Kosmetika-Schwangerschaft. Dafür gibt es Evidenz, die ich euch auch in den Quellen verlinke. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst mir gerne ein Abo da oder ein Like und natürlich auch einen Kommentar. Viel Spaß bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.